Hallo und herzlich willkommen zu Epileptischen Anfällen. Epilepi etio, Epilepi etio. Okay, ähm, ja. Letztes Mal ist eigentlich nicht viel passiert. Wir haben erfahren, dass wir den Bankier finden müssen. Fragen wir doch mal unsere Schwester, wo der steckt. Was meinst du so? Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol, du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Bleib wachsam. Ähm, ja, die folgende Mission wird scheiße. Nennen wir es mal scheiße. Weil, ähm, dafür brauche ich auf jeden Fall meine Assassinen-Rekruten und eine Armbrust. Also, die Armbrust brauche ich nicht, aber sie würde es etwas einfacher machen. Die Assassinen-Rekruten wären auch gut. Ich werde es natürlich versuchen, auf 100%. Ähm, allerdings ohne Assassinen-Rekruten ist das eigentlich nicht machbar. Deswegen müsste ich zumindest warten, bis die wieder da sind. Wer seid ihr noch weg? Kann ich das hier mal irgendwo gucken? Wäre gar gut zu wissen. Ich habe mich wohl von dem guten Zeug getrunken. Ja, natürlich habe ich von dem guten Zeug getrunken. Was soll ich denn sonst den ganzen Tag machen, ne? So. Bauen wir mal hier das Ding aus. Ähm. Ich will die Mission nicht anfangen, bevor meine Einheiten nicht zurück sind. Und... Das ist jetzt irgendwie scheiße. Nö, nö, also das finde ich jetzt aber doof. Das kann ich doch so nicht einfach hinnehmen. Mal sehen. Da ist noch irgendwo hier ein Steckbrief. Den hole ich mir vielleicht mal so in der Zwischenzeit. Ich muss ja jetzt irgendwie ein bisschen Zeit schinden. Ich werde das sicherlich nicht ohne die Assassinen-Rekruten machen, weil dann kann ich die 100% schon abschreiben. Wo ist er denn? Ja, wo ist denn der Steckbrief? Da ist er. Wieso macht ihr die eigentlich mit Pfeilen fest? Habt ihr keine Nägel? Ja, wo ist dieser Senator? Ja, wo ist dieser Senator? Das ist mir scheißegal. Wo sind meine Rekruten? Ich könnte auch euch erstmal niederschnetzeln. Ich glaube, hier stehe ich mir später im Weg. Danke, da sitzt er. Okay. So stünde man Zeit, Leute. So stünde man Zeit. Da hinten ist er. Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Oh, der letzte Schlag war unfair. Das war voll in die Weichteile. Oh, dankeschön. Warum nicht nicht so? Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Troque. Euch schuldig nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Ha! Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zur Zeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Make Miraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur um ein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Ja, alter Ezio. Komm mal vorbei bei mir. Da gibt's ein paar Sachen, die du vielleicht mir helfen kannst. Egidio, ähm... Egidio, oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Der ältere zwei Brüder hat das Pech, in die Fußstopfen seines Vaters, eines Senators zu treten. Francesco schrieb ihn in einem Brief, das ist glaube ich sein Bruder Francesco, ähm, als naiven Idealisten, denn Egidio versuchte die Ära der römischen Kommune zurückzuholen, als der Senat, die Konservatori, an der Spitze der Demokratie stand. Das Problem war, dass Papsttum Rom, dass das Papsttum Rom für sich erlangen wollte. Als das Jahrhundert seinem Ende entgegenging, ergriff der Papst die Macht über Rom, statt Planung, öffentliche Bauarbeiten und die Finanzen. Die Konservatori hatten kaum mehr zu tun, als Festspiele zu planen. Egidio sah, der sah, wie die anderen Senatoren einfach ignorierten, dass das Campidoglio, was auch immer das ist, langsam zu einem lebenden Museum wurde, scheint es, ähm, erschöpft zu sein. Hä? Bin ich denn der Einzige in ganz Rom, der weiterhin nach Freiheit und Gerechtigkeit strebt, schreibt er in einem Brief aus dem Jahre 1494. Ja, 1449, nah dran. Aufzeichnungen, die in der Ruhr sind vier hoch aufbewahrt worden, deuten darauf hin, dass er ab 95 regelmäßig zu Besuch kam. Oh, hat er also doch noch Geld gehabt, ne? In der Zwischenzeit arbeitete Egidios Bruder Francesco als Kämmerer und Sekretär für den Papst und freundete sich mit Cesare an. Und zwar so sehr, dass man ihn einen der zufälligsten Attentäter der Borgia nannte. Ein Brief aus dem Jahr 1503 von Egidio an den venezianischen Botschafter beschreibt detailliert Cäsars, äh, Cäsars, Cäsars, ja, Cäsars, ne? Kriegspläne für die Region und legt, äh, legt seinen Hass auf Cäsare und die Unfähigkeit seines Bruders da in betrunkenem Zustand ein Geheimnis zu bewahren. Geht klar. Aber ihr werdet nicht beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, weiß ich. So, deshalb haben wir die Wachen hier schon umgelegt. Da liegen noch die Wachen. Äh, die Waffen. Weil ich jetzt nicht mehr entdeckt werden darf. Und dafür brauche ich auf jeden Fall meine Rekrutin, dass sie mir nämlich die Wachen aus dem Weg räumen. Da hinten sind schon welche. Weh. Jemand möchte euch totsehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes, ich weiß, ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cäsars Pläne für die Romandia. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia. Doch einer der Briefe wurde abgefangen. Haben wir gerade schon gelesen. Ich denke schon. Der Senat hat heutzutage nichts zu tun. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Kazo zu machen? Es verändert einen. Zugegeben, ich habe gespielt, getrunken und gehurt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum in meinem Kragen? Etwas in der Art. Ja. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Gut. Dann weiter. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wofür ich noch sage, ich brauche meine Rekruten. Das kommt alles noch. Das kommt gleich noch sehr viel. Da kommt gleich noch sehr viel Stress auf uns zu. Das alles. Satz bei uns zu Dramatik. Die Senatoren haben einst über echte Probleme entschieden. Die unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste? Lasst mich gehen! Nimmst du Gott! Lasst mich einfach leben! Das ist blöd. Ich würde ihm jetzt gerne helfen. Ja, aber dann wäre ich entdeckt. Gut. Hier lang. Lass mich verbiegen! Das ist normal. Das ist normal. Das ist normal. Das ist normal. Okay. So weit, so gut. Der Tod ist das Schicksal aller. Der Herr ist bei mir! Jetzt würde ich natürlich gerne warten, bis die wieder verfügbar sind. Ne? So kann man vielleicht verstehen. Ähm. Da hinten sind noch welche. Ich weiß nicht, ich komme hier durch. Ich muss ja hier lang, ne? Und da sind wieder welche. Ich mache das rumlaufen. Nein, definitiv nicht. Da oben. Da oben sind die Wachen. Was ist denn da unten? Oh, scheiße. Das ist auch ein Borgatum. Da kann ich auch nicht lang. Ja, ja. Nicht entdeckt werden und so. Scheiß Voraussetzung. So. Ich glaube, normalerweise komme ich von der anderen Seite. Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Oh, oh. Ich bin noch nie durch das Sperrgebiet hier gelaufen. Diese Mission. Ich bin noch nicht angewöhnt. Irgendwann. Ich bin noch nicht angewöhnt. Irgendwann immer die Borgatummischung zu machen. So viel ich kann. Wir sind noch heute schon wieder angegriffen. Das ist scheiße. Ich bin noch nicht angewöhnt. Ich bin noch nicht angewöhnt. Ich bin noch nicht angewöhnt. Ich steu dir weg! Los geht's! Das ist wohl tatsächlich... Aha. Ah, scheiße, ich erinnere mich. Kommt mal los. So, ihr müsst jetzt da unten die Wachen ablenken, damit ich mit dem Senator vorbeikomme. So. Oder? Oder? Wir machen so. Das läuft doch relativ gut. Genau. Meine Assassine ist verletzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich momentan oft benutze. Das gefällt mir auch nicht. Ich weiß ja jetzt nicht wirklich, was ich tun soll. Du hast mich mit uns überdoppelt. Wir müssen uns schon besiegen sind. Sehr gut. So. Ich schleiche mich mal hier weiter mit den Kortisanen. Die dürften mir da sehr helfen. Warte auf meinem Fuß! Warte! Ich bin schön! Okay. Neue Mitglieder für die päpstlichen Streitkräfte. Es sind Positionen bei der Miliz sowie auch Reservisten zu besetzen. Wo bin ich und wo muss ich hin? Sehr gut. Ha! Geschafft! Der Briefe! Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Wie viel Geld brauche ich? 3.000. Auch raus, Junge. Mach ich direkt die nächste Mission. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann? Lasst ihr sie verschwinden? Dieses Petzel, die Merder, mag mich hassen, aber er ist Familie. Du warbende. Wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Ja, und auch das ist nicht einfach, finde ich. Während der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Yeah, jeder soll es mit nicht entdeckt werden. Aber es ist eigentlich... Warte mal kurz. Das habe ich noch nie gemacht. Ich kann jetzt Dinge plündern. Das war... 20. Are you fucking serious? Serious? Ich bin nicht ganz klar. Drei. Ne, den mache ich jetzt sicherlich nicht. Ähm... Warte noch. Darf ich den Boden berühren, ich war? Ach komm, scheiß drauf. Ähm... Hopp. Hopp. Die Assassinen brauche ich möglicherweise bei der Mission auch. Ähm... Ja, Ezio, da wollte ich schon fast hin. Hopp. Oh, das könnte... Oh, das könnte wehtun. Na gut. Es hätte wehgetan. Hätte mir vermutlich den Arm ausgerissen. Gut, dass Ezio das macht ja richtig. Ähm... Ich könnte mir da vorne jetzt noch die Borgia Banner holen. Ich könnte es auch lassen. Äh... Mal sehen. Wir haben schon einiges an Zeit jetzt hier vertrödelt. Äh, nicht ganz rödelt. Seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Kind. Oh. Das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit. Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohl auf. Und? Was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bankier tut seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Oh, scheiße. Was sagtet ihr? Nichts. Verdammt. Die Leiche sollte nicht runterfallen. Ähm, ja gut. Die Wache natürlich nicht töten. Wir wollen ja, dass wir uns zum Bankier führen. Nur auf den Dächern muss wie immer alles sterben. Achja, und wir dürfen nicht den Boden behören, ne? Haben wir ja auch. Beklärt. So. Auch da hatte ich mal den Weg auswendig, wie ich das immer mache. Natürlich ist das eine Weile her, ne? Ein Jahr. Und ein Jahr ist leider für sowas eine etwas lange Zeit. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier so ein bisschen auf mein Instinkt verlassen kann und irgendwie den richtigen Weg finde. Was heißt den richtigen Weg? Dass ich nicht irgendwie so komme, dass ich plötzlich auf den Boden muss. Weil das halte ich für wahrscheinlicher, als dass ich mal irgendwo entdeckt werde. Ich bin mir sicher, ich musste irgendwo mal dann die Straßenseite wechseln. Dass ich zwangsweise irgendwie auf die andere Seite musste, weil ich das sonst nicht schaffe. Ähm, wo seid ihr denn noch da? Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie das war. Ich glaube da vorne irgendwo. Die bringen mich jetzt, glaube ich, bis zum Pantheon da hinten. Das Gebäude kennt man vielleicht auch. Finde ich, sollte man. Ähm. Und... Also bis dahin muss ich auf den Dächern bleiben und darf nicht entdeckt werden. Das sollte ja nicht machbar sein. Trotzdem... Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Die Rekruten brauche ich in dieser Mission wohl doch weniger. Die Pistole reicht mir aus. Ich habe hier auch sechs, äh, zehn Schuss dafür. Sechs Schuss, wenn man keine Erweiterung hat. Aber auch das reicht. Natürlich sechs Schuss für die Pistole. Normalerweise kommt man oft genug dazu nachzukaufen. So, hier kann man jetzt den Fehler machen und runterspringen. Dann ist auf jeden Fall Ende. Also wenn man den, äh, Todesprung an der Stelle macht. Dann ist natürlich... Dann ist man auf dem Boden. Hm. So, wo muss ich jetzt hin? Ich dachte, ich muss hier einmal über die Straße drüber. Aber... Dort würde ich den entschützen. Nein! Wo ist die Seite? Auf der Unten Seite. Jetzt weiß ich... Das ist jetzt hier so der Abschnitt, wo ich nicht mehr genau weiß, was ich tun muss. Okay, noch bin ich offenbar richtig. Wundert mich jetzt so ein bisschen. Ähm... Da hinten... Genau, hier. Hier muss ich die Straße drüber. Das war's. Meine Erinnerung kehrt zurück. Und das freut mich. Ich mag meine Erinnerungen. Und sie helfen mir meistens. So, weil da unten würden wir sowieso nicht durchkommen, ohne alles wieder zu schnetzeln. Also empfehle ich euch jedem die Dächer zu nehmen. Es ist ja auch... Ganz ehrlich. 100% Synchronisation bedeutet ja, Monosoma macht alles genau so, wie Ezio es machte. Ähm... So wie Ezio es machte, ist ja theoretisch... ...hoffentlich der beste Weg. Okay. Komm schon. Lauf. So. Ähm... Hopp. Und hoch. Jetzt muss ich hier irgendwo gleich... ...warten. Genau, hier. Hier muss ich jetzt, glaube ich, warten und die gehen ins Pantheon rein. Oder bleiben kurz davor stehen, irgendwie so. Weil ab hier kann ich ihnen nicht weiter folgen. Ich muss sie ja nur im Blick behalten. Oder komme ich näher von mir? Ich glaube nicht. Egidio hat bezahlt. Gut. Gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Der hat ein Alter hier schwer. Best halten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Oh, kann ich nicht gehen. Ich habe gezahlt. Er zählt das Geld noch. Bis es gezählt ist, bleibt ihr hier. Ja, gut. Das war jetzt so der letzte Test, ne. Ähm... Ich habe die 100% geschafft. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur noch das Pantheon halt infiltrieren. Ähm... Die Frage ist nur... Die Frage ist, ob danach direkt noch eine Quest startet, oder... Ähm... Ob danach schon Schluss ist. Was ist denn? Ich würde auch nicht gerne mal... Ah! Nein, nein, nein! Doch, Scheiße! Ich würde Parker nicht gerne beenden. Und, ähm... Naja, möglichst so, dass ich dann die nächste Mission erst mal machen muss. Ah! Ich stürze hier nochmal ab. Ich sehe es ja schon kommen. Ähm... Ach, wisst ihr was? So, willkommen auf dem Pantheon. Ich habe noch die Feder an, die hier ist. Ah! Komm. So. Ähm... Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin. Ciao.